Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Vielleicht sollte ich fürs Erste den Speer nutzen, Munition sparen. Das Atmen fällt dir schwer. Ja. Da. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Ja. Okay. Da oben ist eine Stange. Ich glaube, ich kann sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. Ich bin nicht hoch genug. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's. 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 Nächsten. Da kann ich nicht rüberspringen. Aber hier ist ein Kabel. Vielleicht komm ich da mit rüber. Tja. Das fällt fast auseinander. Das sind anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Ich wette, es ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Super. Noch mehr Maschinen. Die Steuerkonsole könnte dort drin sein. Jetzt bin ich hier ungestört. Ich bin hier ungestört. Das Shuttle hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Wie komme ich jetzt auf den Turm? Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.